und wir kommen zurück zu let's play landfahrt zum lato 2000 und prozent der letzte was wir stehen wie wir waren ein bisschen ja wortensammeln haben es auch gemacht wir sind dabei und leider heute neue stadt folge wochen beginnt für euch jetzt leider haben dienstag denn aus technischen gründen die ich jetzt lauf der letzten woche hatte ich so die wieser im haus geht es auch steht was ist meistens so halb sechs steht auch morgens dann ist das erst mal ich mache pc an und dann die videos hochladen verlassen hochladen und dann je nachdem manchmal zu hause kommt ist der top silo problem hier war bei war allerdings nur ich hatte kann auch immer und ja irgendwann war es auch wieder da aber problem war da war ein paar schöne tatschung gerechnet hat die vize tot geladen werden konnten an dem tag du musst du alles um ein tag verschieben aber leider an dem tag keine videos und die anderen videos auch eine wo ein tag später jetzt sind wir mal ein tag später dran heißt statt diese folge diese folge diese woche auch nur eine eine folge weniger aufnehmen und daher bitte ich das zu entschuldigen aber zum technischen probleme versteckt steckt man das drin das ist halt so ich bin jetzt nicht mehr aufstehen auf dem land und da ist kommt es hat vor und kommt jetzt nicht mit dem gedanken und zieler und die stadt also ne mal schnell dafür hängig zu werden an dem k4 aber ich hänge halt hier an dem land leben und keine 10 werde keine tausende pferde dazu bringen die stadt zu ziehen muss irgendwelchen gründen warum auch immer bei einem stadt in der stadt kann ich absolut nicht leben verkehrt man kann nur so verbringen auf eine arbeit macht kein problem aber auch dauerhaft da wurden ne danke das lasse ich mal lieber sein habe ich kein interesse daran aber egal wir sind der zielbeschäftigt und wir müssen jetzt überlegen stroh einsammeln was ist danach danach ist wie einsatz und war ich wäre jetzt da mal den case haben langsam nicht einsteigen dafür müssen wir 40 und die kaufen das einsehen denn ich werde zu machen ich habe ich habe ja ich habe jetzt mal untergeladen die station mit dem station wieder als wir als zusammenzubauen die kostet das ist dann auch erst mal reichen und dann müssen wir als stroh alles rein versprochen ladewagen ein paar müssen natürlich auch erst mal ladewagen haben das heißt müssen worten ja sowieso erst mal auf dem ladewagen gehen nach ladewagen muss man auch kaufen muss man wollten wollen man auch kaufen was wollte man noch machen aber sollten noch erneuert und und neuen tecker und so genau werden so knapp 200.000 sein immer brauchen aber wird ich mal nicht so hat große problem sein mal gucken der seine koste 142 tausend genau bloß denn ladewagen das sind dann mal 60 ja knapp 200.000 immer haben müssen um dazu verwirklichen verwirklichen um das haben kann man schon mal ein bisschen weiter antieren und dann müssen wir genau schauen wie man jetzt handhaben werden weil wenn noch ein paar folgen vor folgen sagt ob etwa soweit ist alles natürlich alles schnell erledigt das ist einfach mal damals noch zeugtchen aber das ist einfach mal ja unten neun hänger wollte man noch haben neun hänger heute mal auf ladewagen hänger faktor wobei ich würde sagen würde den anhänger als erster als erster als erster als erster ja den hum als erstes gerade gucke über 45.000 dafür war es eine holzladung man durfte erledigt sein meint nicht zu geladen laube über den ausmacht auf jeden fall auch mal haben die ladewagen mal ganz hinten am schluss an denn der fuhr moment noch und bevor man auch sowieso nicht den selben haben warum unten überhaupt nicht anzufangen denn ich brauche den zähnen als zu viel zeit arbeitsstil und für war nicht mehr werke da die beutelte aktoren hier das nicht geschissen kriegen da natürlich nicht im arsch haben dafür ja aber das ist jetzt erst mal ja so der ist auch gleich fertig wunderbar dann können wir gerade mit dem jetzt hier drüber jahren und düngen so war aufpassen das auch mal ganz gut und weiß ich brauche es auch mal die ein und ausschlag der reihe jetzt das ist aber auch glaube ich aus wir haben noch etwas macht den schnach und dann umsetzen wenn der haben sehen dass wir müssen noch geld reinkriegen durch die postwirtschaft durch die kleine postwirtschaft so ein wunderbar das war doch prima und also wunderbar geduld was will man mehr war aufpassen so sagt so der deutsch drauf müsste jetzt irgendwann fertig werden so der perfekte dünn würde sagen keine lücken können gar nichts einfach wieder nur gut so da muss ich mal weg bitte dann hast du eh ausgegeben dann klima kostenlose kostet kostenloses muss man schauen wie man also unter einem hütigen hier ist auch nicht gerade einfach werden die fälle wir später auch miteinander verbinden haben die vier fälle extra wenn es jetzt einfach mal schauen wie das passt muss aber jetzt bedenken ich habe jetzt noch die kleine sehen maschine später natürlich auch bedenken wir waren dann in proben als arbeiten müssen macht er keinen unterschied weil die zeit wieder hier war mit der kleinen sehen maschine und wird erzählte bei unverfassert selber rauskommt sie wenn ich mit der säen maschine und kube arbeiten ein helfer aber dürfen die sich nichts schenken weil und da habe ich mir gedacht so wo sind wir jetzt wenn man steigen lassen ich hoffe ich bin jetzt gar mal habe andere sachen und kopf die wichtiger sind als das naja schaust waren kannst du nicht mal ist denn hin dann war mir gerade aus dann nach 4 rechts das stück machen dann dann nach oben naja schaust waren wir gerade aus dann nach oben so schön wie jetzt andere teilt aber das ist in ordnung ist vertreten da kann ich mit leben so dann so würde ich mal da unten hinsetzen in stellen hinsetzen und und problem ist hat schützen habe ich überhaupt gar nichts dafür dass die zu verladen ich wollte einmal zu dem hier genau zusammen die latten sau machen welchen eigentlich habe ich mir gedacht immer so sehr denn ja das wasser kostet das gas wird die nicht zu knapp pro sekunde die wasser läuft 1 euro nicht gerade sehr schön man sagt es nach man muss damit leben aber ich sehe gerade schon dass man die führers auf aber ja wird schon hart als die gut ruhig bleiben hier brauche ich zumindest mal ich hoffe das passt jetzt aber egal jetzt machen wir jetzt hier weiter wir wollen noch ein bisschen hier wir wollen noch ein bisschen hier habschnitzel und höchstens da bringt man nichts das ist genau so ich brauchte schaufel das machen wir jetzt einfach mal aber da war einfach die tour mit zu mit dem habschnitzel und jod ist immer auch gut geld da auch schon wieder mal gucken so 305 euro mal 1 sonst da sind 17.000 euro und kümmer vielleicht auch finanziert das muss man alles abhängen hier nein was oder brauche ich und auch scheiße wieso willst du das nicht in frontlade aufnehmen boah was hat mir jetzt wie viel scheiße hier so so jetzt boah meine meine fesse ich will die abkoppeln dann so ein bisschen geld verdienen so was nehmen wir das für eine schaufel am besten frontlader komm normale schaufel oder so hier wird wir sehen die hakschen zu noch mal aus nicht die wollte ich drücken also dann hatte sie dieses kleine madder ok der hakschatz ist da wunderbar ich glaube das hier in der masse her größer ist einfach mal ich hoffe jetzt einfach mal sonst noch hat pech gehabt naja so war jetzt am besten ja jetzt rechts rum und dann links und war fertig da lang telefon super die folge ist eh wieder vorbei du willst sagen nichts bekommen sondern die haken zu wurzern meister schufladern tschau nächster wie ein bis dahin tschau